Kinder haben viele Fragen rund um die Natur, wie zum Beispiel, welche Vogelarten werden wohl einen Nistkasten beziehen? Einen Nistkasten selber bauen macht Kindern viel Spaß und leistet einen kleinen Beitrag zur Umwelt. Im Set sind ein Hammer, Leim und Dübel enthalten. Nach genauer Anleitung werden die vorgefertigten Teile mit etwas handwerklichem Geschick zusammengebaut. Außerdem werden Motorik und die Kreativität geschult. Anschließend kreativ mit Acrylfarbe gemalt, ist der Nistkasten auch länger haltbar. Weitere themenbezogene Artikel für die Vogelwelt gibt es im Onlineshop von WIMAL Nährmitte zu bestellen.